Ich habe das Pult hier nicht gesehen. Okay, das heißt jetzt wieder nach unten. Wo ist der Aufzug? Da. So, jetzt wieder nach unten, dann müssen wir nach rechts. Oder nach links, besser gesagt. So, jetzt kommen wir da durch. Okay. Sehr gut. Ist hier das Riesenvieh? Okay, so, dann sind wir jetzt hier. Okay, da hinten ist ein Pult. Oh, toll. Okay, was passiert, wenn ich das jetzt hier aufmache? Okay, check. Okay. Okay, wir haben volle Leben. Kann ich irgendwas machen? Oder bin ich schon voll? Okay, ich bin schon voll. Okay. So, hier ist die Türsteuerung. So, klack. Einmal aufladen. Och, willst du mich trollen? Okay. 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 Auch jetzt sagt man nicht, der läuft da die ganze Zeit hier im Kreis rum. Das ist ja ätzend. Ich glaube, der läuft da die ganze Zeit hier im Kreis rum. Ich glaube, der läuft da die ganze Zeit hier im Kreis rum. Der heißt halt Epilogue mit Titeln, genau. Gott sei Dank. Alter, ich hasse solche Stellen mit Monstern, wo du dort ausweichen musst und drum musst. Ich hasse sowas. Zumachen. Gleich mal zumachen die Tür. Da dürfte nichts drin sein, vermute ich. Ah doch, Leben. Geil. So, füllen wir das Ding mal mit Leben auf und mit Munition. Dann haben wir das. Perfekt. Ähm. Oh nein. Okay. Oh, cool. Wir werden immer mehr von Tentakeln zerfressen hier gerade. Geil. Wir sehen nicht so gut aus. Das frisst sich immer mehr rein. Hier finde ich gut. Einmal kurz aufgefüllt mit Leben. Dann hier das wieder laden. Weil da ist noch ein bisschen Lebenssaft drin. Weil wir kommen hier eh nicht mehr vorbei. Aber dann haben wir volle Leben. Und haben das unsere, unser Matkit oder Healthpack, wie man das nennen möchte, auch voll. Passt. Okay. Aha. Oh, ich hoffe ja so sehr, dass sie... Man sieht leider nicht, wann hier ein Checkpoint ist. Oh, toll. Also man sieht leider nicht, wann das Spiel zwischenspeichert. Das ist ja schade. Das würde das Leben ein bisschen einfacher machen. Kann ich einfach in den Tod springen? Offensichtlich nicht. Okay. Okay, muss ich die Dinger platt machen? Ich glaube, ne? Ich muss auf die, glaube ich, schießen. Ich bin einfach so frei und rein hier einfach durch. Ich bin mal mutig. Gott, gehen wir da lang. Oh, nein. Oh, nein. Ich hasse das. So, wo ist das Winner-Winner-Chicken-Dinner? Ich muss, glaube ich, abkauen. Achso. Jetzt bin ich wieder hier. Ha. Okay. Einmal im Kreis gelaufen. Oh, okay. Danke. Oh, fuhr. Blödes Mistding. Oh nein, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Och, das ist doch ätzend. Ich hasse sowas. Entschuldigung. Ah. Jetzt darf ich noch von... Oh Gott, arsch mich sowas an. Oh Gott. Oh, ich hasse das in diesem Spiel, dass du überall festhängst. So, so ging das wahrscheinlich richtig. Was ist, der Weg da hinten ist jetzt frei. Okay. Sehr gut. Na schön. So, bitte lass ihn gespeichert haben, ist für echt fantastisch. Äh, ich heil mich eben mal. Ich weiß noch mal nicht, was kommt und ich hab Angst, dass mich das Ding, was wir da mit uns rumtragen, dass uns das killt. Äh, drum heil ich mich lieber. Errungenschaft freigeschaltet, 007. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Wir haben 007 Eigenschaft freigeschaltet. Äh. Das hört sich nicht gut an, im Übrigen. Da, 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 da! Was? Hallee Ha 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 München Okay Was? Okay Was? Hallee Hilfe Ich weiß nicht, was ich machen muss. Frisst der mich jetzt? Ich find den gruselig. 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 Das ist ähm. Ja, nicht gut. Geh weg. Ich will nicht mehr. Ich find den gruselig. Lass mich in Ruhe. Ich find den gruselig. Ich find den gruselig. Ich hab keine Ahnung wo ich hin muss. Okay, hier brauch ich auch die vierte Tür, also hier komm ich auch noch nicht weiter. Oh man ey. Oh nein. Okay. Okay, also offensichtlich haben wir noch einen ordentlich auf den Sack gekriegt jetzt. Okay, so ein Steuerpult, was wir hochschieben. Was muss ich hier machen? Hä? 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 Was muss ich da machen? Ich habe einen weißen Punkt, den ich verschieben kann, aber keine Ahnung, was ich da wie verschieben soll, was ich da wie machen muss. Hä? Das ist irgendwie weird. Da brauche ich auch eine 4er Tür dafür. Okay, das ist jetzt die Schrotflint hier vermutlich, oder das Gewehr. Okay. Okay, Waffen wechseln dauert gar nicht lange. Aber ich check das nicht, was muss... Warte mal, ich kann doch hier außen rum rennen, ne? Das Problem ist, ich will keine Munition verballern, weil das Problem ist, wenn ich sie doch mal irgendwie brauche in Notsituationen, dann habe ich keine Munition mehr. Komm her. Hallo? 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 Ja. Hallo? Wechseln wir herzlich durch. Ich bin herzlich willkommen. Ich bin herzlich willkommen. Du kannst mich überwenden. Der geht nicht weiter. Ich bin herzlich willkommen. Ich bin herzlich willkommen. Okay. Gut, den musste ich da jetzt abballern. Weil sonst wäre ich da nicht durchgemeldet. Ich dachte, ich kann den da wegluren. Achso, ich muss die nachladen erst. So, dann kann ich die normale Munition wenigstens auffüllen. Ich glaube, die Pistole ist besser als das andere Teil. Naja. Weil ich wollte eigentlich das anders machen. Aber ich musste den killen. Das war leider sehr schade. Aber sonst wäre ich da nicht durchgekommen. Gut, tschau. Okay. Okay. Okay, da ist Fettimit-Check-Fett da hinten, aber das sollte auch nicht passen. Aber die Frage ist jetzt tatsächlich, wo ich praktisch jetzt dann hin muss. Also, das Problem ist so ein bisschen, ich bin mir gerade absolut unsicher, wo ich da wie hin muss dann in dem Sinne. Beziehungsweise, was ich jetzt hier eigentlich machen muss. Ich muss vermutlich dieses Ding kalt machen irgendwie, indem ich diese ganzen Apparate da rausziehe. Mann, nicht schon wieder so ein hässliches Vieh. Ich dreh gleich durch hier, echt. Oh, fuck. Nein, ich bin tot. Scheibe. Ja, lad bitte langsam mal nach. Bitte, ja, 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 bitte, Einzelkugeln einzeln. Das ist ganz wichtig. Und dann vor allem extrem langsam. Das ist ganz, ganz wichtig, was du gerade machst. Mein Arm sieht auch geil aus. So. Okay, ich brauche hier auch Stufe 4 für die Tür. Die kriege ich hoffentlich da oben jetzt irgendwo. So langsam, das wäre schön. Also das war gerade eher semi-optimal, aber da ist die Tür. Da ist die Türsteuerung. Oh Gott. Ich kann nicht sterben. Ich muss den ganzen Summs wahrscheinlich nochmal machen. Da habe ich hier absolut gar keinen Bock drauf. Also es gibt einfach so Dinge in Spielen, wo ich mir denke, so ja, es ist schön, dass du das Spiel vorgib, wenn du Checkpoints hast. Aber es ist manchmal noch einfach so ätzend und nervtötend. Weil, woher sagst du, ja, es ist ein Schönspiel, aber gib mir doch ein paar Checkpoints mehr, please. Warte, hier war ich schon. Ah, okay, das ist jetzt die Tür, wo ich vorhin war. Okay. Das heißt, wir sind jetzt wieder hier. Das heißt... Äh, ich glaube zumindest, das war das, wo wir vorher waren. Hier war irgendwo nämlich noch ein Pull. Also hier unten, wenn ich lang laufe... Äh... Komme ich wieder nach unten. Ja, genau. So, das heißt, da hinten... ...ist wieder mein Munitionsdingens. Das ist sehr gut. So, dann kann ich mich hier gleich mal auffüllen, weil hier müssten nämlich noch Patronen sein. Klar, dann können wir die gleich auffüllen. Sehr schön. Dann haben wir wieder Haufen Munitionskugeln. Und wir haben keine mehr Preserve hier. Geil. Na, ist ja schön. Gut. Ähm... Warte mal, wir haben noch... Oh, warte, ich habe keine Leben mehr. Ich muss mich kurz überheilen. Äh... Es ist halt immer zwei Striche hoch, ne? Warte mal, dann machen wir das noch. So, haben wir das. Wo war denn das andere Teil? Wir hatten noch irgendwo, wo wir das andere Steuerpult hatten. Wo wir eben da die Eingeweide rausgerissen haben. Da war das, oder? Ne, das war eine Türsteuerung. Da will ich noch nicht hin. Ähm... Wir hatten vorhin noch irgendwas. Wo war denn das? Da läuft irgendwas rum. Da gehe ich nicht hin. Äh, Moment. Wo war denn das? Wo haben wir denn vorhin die Eingeweide rausgerissen? War das hier? Ja.